Wir erleben eine Zeitenwende. Basta, Berlin. Dann wird erneut das ganze Land in der Geißelhaft dieser Gruppe von Menschen sein. Dann werden wir auch gegen Widerstände diesen Weg mit ihnen gehen. Der alternativlose Podcast. Model in Quarantäne trotz Impfung. Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Stefanie Giesinger zum vierten Mal mit Corona infiziert. Unglaublich. Die Zeit nehmen wir uns jetzt auch mal, dass wir jetzt hier die Kanüle nochmal anbringen. Ich hab echt, ich hasse. Und deswegen bist du so wenig geimpft. Das kommt traurig. Komm mal nach. Wenn ich dir da jetzt einübe. Nehmen wir. Ich blute. Aber wen können wir jetzt noch fragen, ob Drosten befangen ist? Ah, vielleicht Professor Drosten einfach mal selber. Jetzt mal zum Mitschreiben für alle. Wir sind jetzt im dritten Jahr der Pandemie. Und das ist es, was die Politik uns anbietet. Das ist im Grunde genommen gar nichts. Wir haben in Deutschland hier hochkomplexe Waffensysteme, an denen deutsche Soldaten monatelang oder auch bis zu einem Jahr ausgebildet werden. In Deutschland. Ukrainische Soldaten lernen diese Waffensysteme aber angeblich in einem Wochenendkurs. Und wir haben uns so ein bisschen angelegt. Wenn ich uns auch immer weinen. Weil er ist gar nicht leicht. Wir haben das Gefühl in München. Vielen Dank.